Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Star Wars Battlefront. Heute mal eine besondere Episode, denn ich habe mir den wunderschönen und intelligenten Major gestandelt. Ja. Der heute mit mir eine runde Mission, äh, Mission, Überleben auf Endor spielt. Ihr kennt das ja aus der Beta, Survival, aber hier spielen wir natürlich nicht auf normal. Wir spielen hier auch schwer. Wir spielen auf... Meister. Genau. Und, äh, Admiral Akbar hat einige... Aha. Wer? Admiral Akbar. Gibt es den Ernst, Herr? Ja, Mann. Lol. Aber die Sitzung ist nicht mehr verfügbar, ne? Entschuldigung, ich starte. Okay. Äh, warte, ich lade dich nochmal ein. Partner, Wartner of Major steht da. Ja, ich habe jetzt angenommen, Spiel wird gestartet, dann hast du mich nochmal eingeladen. Okay, warte, dann geh nochmal raus, das ist der Party. Ja, ich kann nichts machen. Partner verlassen. Okay, ich habe dich mal verlassen, ja? Ja, aber immer noch selbe. Okay, jetzt? Ich muss erstmal warten, bis da steht, Sitzung ist nicht mehr verfügbar. Nee. Ja. Kannst du nicht abbrechen? Warte, warte, warte. Doch, jetzt, warte, okay. Okay, jetzt kann ich annehmen, ne? Okay, nimm an. Lad mich jetzt nochmal ein. Yo, jetzt geht's. Mensch hat deine Anordnung abgelehnt? Ja, nimm, lad ein. Okay, warte. Jetzt. So, jetzt, oder? Jo, okay. Also, nimm mal vor, Mensch, was da steht. Was? Endor, unter Endor, was steht da? Ey, bei mir ist gerade ein Ding, ist ein AT-ST-Bild. Ja, aber link steht doch immer ein Text, oder nicht? Ne, 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 ich habe ein weißes Bild, nur mit AT&T und Star Wars Battlefront. Okay, also Admiral Ackbar hat einige morgendliche Angriffe, ach, ich konnte das schnell lesen. Aber du bist jetzt in der Lobby, ne? Genau, ich kann jetzt Start machen. Okay, ich nehme Halunke. Warte jetzt auf Partner. So, ich bin da. Okay, pass auf, Cutscene. Psst. Okay, wir beide sind auf der Seite der, äh, boll. Das ist ein Oktopus. Das war Admiral Ackbar, Mann. So, wir müssen jetzt Welle 1, ja? Also, wir spielen, wie gesagt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Es gibt insgesamt 15 Wellen. Von Welle zu Welle wird es immer schwieriger. Und, ähm, ich weiß nicht. Da vorne sind die Gegner. Wollen wir da hinlaufen, oder wollen wir die kommen lassen? Ja, kommen lassen. Okay, lass sie holen, lass sie holen, lass sie töten. Drei Gegner noch. Wir haben, woher hast du ein Jetpack? Äh, du kannst die Karte auswählen. Und dann hast du den. Hey. Ach, haben wir, nice. Haben wir schon geschafft. Deadpack habe ich aber nicht. Ich habe irgendwie... Äh, geh mal auf, äh, Option. Ah, du hast die Klasse, du hättest die Klasse auswählen müssen. Naja. Okay, Mann. Aber es ist gut, dass wir zwei unterschiedliche Klasse haben. Ja, wollen wir... Okay. Okay, die kommen, die kommen von links. Pass auf. Mach mal, der steht noch 100 Meter bis irgendwo hin. Wir müssen da hin, oder? Oder was ist da? Was sind denn 100 Metern? Bei mir... Bei mir ist das gar... Nein, nein, das ist so ein Power-Up. Kannst du auch sammeln. Wenn du willst. Aber ich... Hey, komm, lass jetzt zu den Gegnern. Go. Ja, 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 ja. Machen wir das jetzt hier. Wir spielen durch jetzt, Mann. Korb mischen, Mann. Boah. Es gibt uns Camp 4. Die sind natürlich stärker, die Gegner. Das muss man wissen. Den ist doch, Alter, was machst du? Ja, das stimmt. Ich bin tot. Bleib mal im Leben, Alter. Okay, ich bin wieder da. Boah, krass, ey. Ich darf... Okay, man darf da nicht reinrushen, hast du recht. So, wir haben dadurch jetzt logischerweise ein Leben verloren. Lebst du noch, Major? Ja. Hast du geparkt, die Welle? Ja, Mann. Okay, Fehler lag bei mir. Boah, hier liegt kaputt, AT-AT. Alter, wie krass sieht das denn aus? Okay, bist du beim... Ah, da hinten ist das. Versorgungskapsel ist unterwegs. Ergungsobjekte, 0 von 5. Ja, das sind so, ähm... Special-Dinger. Die kannst du sammeln. Kann man hier aus der Pose machen. Wir müssen die Kapsel holen, komm. Okay, ich bin... Warum bin ich so ein alter Mann eigentlich? Der Weit ist in ihrer Zone. Okay, pass auf. Ich cover erstmal hier von hinten, ja? Wir sind direkt gegen. Geh du mal die Kapsel, die aktivieren sich schon. Die Männer haben in ihrer Nähe einen feindlichen Suxtroiden gehörten. Ich bin fast tot, Alter. Geh in Deckung, geh in Deckung. Äh, ich bin von allen Seiten an gut. Boah, Endo ist echt hart. Okay, ich hab zwei. Lebst du noch? Ja. Pass auf. Immer schön in Deckung gehen, ne? Ja. Ja, nice. Okay, der Druid ist down. So, hier sind aber noch fünf Gegner. Gerade, ich nehm das Ding erstmal. Oh, 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 von hinten. So, warte, deinem Gegner erst. Komm, ey, komm mit Deckung zurück. Ich hab noch genug Energie. Oh, ich bin tot. Shit, Alter. Kapsel, geboren. Okay, zwei sind noch da. Pass auf. Schaffst du das oder soll ich joinen? Nee, ich schaff das, ich schaff das. Okay, der, pass auf. Der mit dem Roten ist stärker. Ich sag, wenn es kritisch wird, ne? Nice. Hast du? Hinter dir links, links, links. Warte erstmal. Geh erstmal safe. Okay, ich muss mich ein bisschen mehr Major orientieren. Mein Fehler. Boah. Ja, nice. Mega gut, Alter. Laut unserer Scanner schickt der Feind passive Verstärkung. Passive Verstärkung. Okay, da kommt bestimmt gleich eine ATS, pass mal auf. Oh nein, wie sollen wir den denn besiegen? Ja, ich bin schon fast überlegen, ob wir hier abhauen. Guck mal, unser Leben, da steht ein Herz angezeigt oben. Okay, lass da hingehen. Weil wenn einer drauf geht, dann können wir den wieder... Beide, go, go, go. Komm, wie geil das hier aussieht, ne? Pass auf, pass auf. Oh, oh. Geh in Deckung, geh in Deckung. Ich brauche noch unbedingt das Herz, ich hole das. Okay, dann geh ich weg. Spring! Alter, ich hänge fest. Oh, die haben einen Sniper. Boah, die sind mega stark. Okay, ich scheiße auf das Herz. Bleib immer in Deckung, lass die kommen. Ja, ich versuch's mal anders. Okay, ich bin beim Herz, ich hol's, ich hol's. Boah, da oben sind drei Pickups. Ich hab's. Gut, schild. Boah, wie viel kommt denn da? Aber wir hätten die, die, äh, Power-Ups aufnehmen müssen. Sehr gut. Ey, der Major ist ein Killer, Mann. Okay, lass uns die Power-Ups holen, oder? Ja, komm. Was hat das Herz jetzt gebracht? Äh, wir haben jetzt ein Extra-Leben bekommen. Das heißt, wenn einer von uns tot ging, kann er das investieren. Oder er kann warten. Aber wenn du das investierst, ist es so, dass du dann dadurch, äh, dann wieder nachjoinen kannst direkt. Weißt du? Okay, die haben jetzt, pass auf, die haben jetzt solche, solche, äh, oh, ich hab einen Orbitalangriff. Sehr gut. Die haben jetzt solche Einheiten, ähm, die fliegen können mit Jetpacks. Annäherungsbaume, was ist das? Oh, oh. Alter, der hat einen Schutzschild. Wobei, ich, ich hebe das lieber auf. Oder? Der fliegt. Ja. Alter, die haben einen Schutzschild, gehen Deckung so lange, die haben einen Schutzschild abgedeilt. Oh nein, ich bin tot. Ja, investier das Leben, schnell. Gehe, beide, ja. Schnell. Hast du noch? Ja, Start, 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 Start. Okay, ich komm auch, so, ich bin da, weil wir müssen echt hier oben bleiben, eigentlich schon fast. Ja, wir müssen echt die ganze Zeit nur in Deckung bleiben. Also, was man dazu sagen muss, wir spielen echt auch schwer, guck mal, die kommt von Derich. Meister. Ja, Meister sogar, dass wir bis Level 5, äh, Welle 5 gekommen sind, ist schon gut. Die haben ja auch Schutzschilder, die Schweine. Die aber auch, also ich frage. Der ist da, ne? Ich wusste ja, ich kann ihn nicht töten, aber ich bin fast down, ich bin fast down, ich bin fast down. Okay, die einfach dahinter. Okay, safe, 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 warte. Okay, ich habe wieder Energie. Alper? Wo ist der? Der ist hier, ich sehe ihn. Hab ihn tot. Okay, irgendwo sind noch zwei Gegner. Wow, direkt hinter mir. Alter, hinter mir. Der neben dir, vor dir, vor dir, vor dir, hol dir den. Hast ihn? Ja. Boah. Beide tot, man, du hast getötet. Der Major, ey, der rasiert hier, man. Ja, ja. Okay, wollen wir uns bei der Versorgungskapsel treffen? Ja, ja. Ja, also, das ist für alle so, die sich fragen, ob es einen Singleplayer bei Battlefront gibt. Das hier ist der Singleplayer halt, ne? Scheiße, der ist noch voll weit weg von mir. Okay, wir sind getrennt, das ist nicht gut. Ja, das ist... Wir haben kein Leben, ja? Okay, geil. Okay, wir brauchen irgendwo Echteckung. Ich glaube, die Kapsel. Okay. Oh, hier ist ein Blaster noch, ne? Wo ist der LTSD? Warum hast du so wenig Leben? Ja, aber ich kann noch nicht jump in. Okay, warte mal, kommt der auch... Ach, da kommt nur LTSD? LTSD? Mensch, aber wir müssen hier mal vielleicht... Nein. Der Suchtruide muss echt da und sein. Wir haben hier eine Maschine, Mann. Ja, geht dran, geht dran. Nice. Sehr gut, sehr gut. Noch drei Gegner. Nein. Wo ist der, wo ist der? Sehr gut, sehr gut. Noch zwei Gegner. Um den AT-AT können wir uns... Äh, AT-AT können wir uns... Da müssen wir aber immer vor dem erstmal wegrennen, nicht? Ja, ich habe Orbitalangriff, ne? Vergiss das nicht. Ja, okay. Der ist da irgendwo ein Gegner, guck mal. Da. Zack. Okay. Jetzt haben wir nur noch den AT-ST. Da ist er. Weg, 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 weg. Geh in Deckung. Ich mache Orbitalangriff. Okay. Geh in Deckung. Boah, wir haben den gut gehittet. Wir haben den gut gehittet. Ist down, Alter. Orbitalangriff, Junge. Aber wir sind Welle 6. Ey, krass, wenn wir das hier echt komplett schaffen, und sind wir gut, ey. Aber wird schwierig. Ich glaube, ehrlich. Ey, hinten leben. Komm, wir holen das Leben. Ist wichtig, weil wenn jetzt einer von uns draufgeht, sind wir am Arsch. Brauchen wir unbedingt. Scheiße, Mann. Okay, die haben Raketen. Lass erst hierbleiben. Jetzt wird es gefährlich. Hast du irgendwie Schutzschild oder sowas? Okay. Okay, scheiß alle. Jetzt sind wir am Arsch. Okay, guck auch oben, ne? Feind erfasst dich, pass auf. Die haben so Raketen, aber ich sehe ihn nicht, wo. Boah, der erfasst mich die ganze Zeit. Bei mir ist alles okay. Ich habe einen. Wir haben mich erfasst jetzt auch, nein. Er geht in Deckung. Ja, ja. Aber sie. Der hat immer in Deckung gehen. Das ist, glaube ich. Alter! Bist du noch am Leben? Ja. Ich hätte aber immer noch erfasst. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, ich sehe ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Lass den mal um. Komm mal mit mir, oder? Warte, ist irgendwo noch einer. Da hinten, ich sehe ihn. Okay, yo. Boah, Alter. Okay, weiter Richtung Herz. Genau, wir brauchen das unbedingt. Alter, mega gut, ey. Okay. Wir haben noch, wir haben jetzt noch nicht ganz die Hälfte, aber fast. Die letzte Welle wird super brutal, Alter. Da haben wir ATS-T den Gegner. Gegner vor uns, hol das Herz schnell, guck, guck, guck. Ich kümmere mich um die, hol du das Herz. Hab ich. Okay, sehr gut. Nein, du, das ist schon schön. Weg, 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 da, Alter. Du bist mittendrin. Gehst weg. Nicht was herz jetzt. Ja, ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung. Ah, ich bin nicht in Deckung. Okay. Scheiße, Mann. Alter. Ich bin da. Ich lass mal wegrennen, um HP aufzuladen. Ja, 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 komm zu mir. Aber wir sind aufgeteilt. Jo. Oh, oh. Das wird jetzt mega kacke. Ich laufe zu dir, ich laufe zu dir, ich laufe einfach weiter, so gut wie du kannst. Ich bin von beiden. Nee, ich bin ein Z... Nein. Bist tot? Nein, 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 nein. Ich bin fast da, Mann. Ich komm von beiden Seiten. I'm not there. Aber du bist noch ziemlich weit weg. Ich bin fast tot. Ich hab keine Chance, Dennis. Tot. Nein. Ich spiel dir am Sch... Alter, von links und rechts. Okay, ich muss das jetzt machen. Du brauchst da ein Jetpack, um abzuhauen. Ja. Rechts ist einer. Na klar. Jetpack. Ah, flieg. Nein. Schade, aber das ist auch mega schwer, ne? Boah. Aber wir sind bis... Alter. Wir sind bis Stufe 7 gekommen, ey. Ja, krass. Für das erste Mal ist das gut. Ja. Okay, ey. Ja, das war die erste Folge hier von Star Wars Battle von Koop. Natürlich machen wir natürlich nochmal einen Koop, aber morgen mit einer anderen Map. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und möge die Macht mit euch sein. Ciao.